Relax and Gaming meine Freunde und willkommen zurück zu unserem neuen Format FNAF-Charaktere und alles was ihr über sie wissen müsst. Dies ist der zweite Teil, guckt euch unbedingt den ersten an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und heute geht es über Chica, Hintergrundgeschichte, Inspirationen und all ihre Formen. Generell alles was ihr über sie wissen müsst halt. In dem Sinne will ich nicht lange schwackeln, viel Spaß mit dem Video. Angefangen mit dem Aussehen. Chica ist eindeutig ein gelbes Hühnchen und auch einer der ersten Animatronics, die wir zu sehen bekommen haben in FNAF 1. Groß, imposant und mit ordentlichen Kurven. Versteht mich nicht falsch, die ersten Animatronics waren alle sehr Chunky und so auch dieses Chicken. Andere Merkmale sind ihr großer gelber Schnabel voller Zähne, was sehr markant ist. Außerdem hat sie doch eine Schürze um, auf der steht Let's Eat, was auch schon ihre Hauptcharakteristik ist, denn Chica wird immer in der Serie als sehr verfressen dargestellt. Befinden sie zum Beispiel oft in der Küche, FNAF 1 oder 4 oder in Security Breach, dem letzten FNAF Teil, wie sie einfach einen Pizza-Bäcker-Bot tötet, um ihm die Pizza zu entwenden. Wo wir gerade bei den ersten Charakteren der FNAF Serie sind, ist es noch zu erwähnen, dass Chica der erste weibliche Charakter war, denen wir in der FNAF Serie begegnet sind. Inspiration für Chica ist jetzt nicht so leicht zu finden, denn im Endeffekt haben wir viele gelbe Vögel, zum Beispiel der eine von der Sesamstraße. Allerdings, da es hier in Verbindung mit Essen steht, gibt es da wohl ein Maskottchen, das die höchste Wahrscheinlichkeit hat, hier eine Verbindung zu Chica zu haben. Es wäre das ehemalige Maskottchen von McDonalds, Birdie the Early Bird. Wir haben hier auch einen gelben Vogel mit sowas ähnlichem wie der Schürze. Das ist so das Beste, was man hier in der FNAF Community gerade denkt, dass das so eine Inspiration war. Ist auch ziemlich einleuchtend tatsächlich. Welcher Name natürlich auch oft rumgeworfen wird, ist Helen Hennie von dem Chuck E. Cheese Franchise. Einfach, weil generell Chuck E. Cheese eine große Inspiration war für Freddy. Allerdings passt hier nur die Spezies von den beiden. Und Chica ist auch eher ein Küken, weil es noch gelb ist, aber es sind halt beides Hühner. Eigentlich hat es halt komplett die falsche Farbgebung, deswegen wahrscheinlich auch eine Teilinspiration. Allerdings denke ich eher, dass Birdie die Hauptinspiration war. Fun Fact zu Chica, Scott Cortons Sohn, hat das Spiel natürlich ausprobiert, als es noch in der Entwicklung war und Chica war der erste Animatronic, den ihn erschreckt hat. Dies habe ihn anscheinend so mies erschreckt, dass er fast umgekippt hat und den Laptop weggeschossen habe. Das heißt, Chica war schon an den Anfängen von FNAF ziemlich feingruselig und hat schon damals Kinder terrorisiert. Wie lieblich. Allerdings muss ich sagen, sind wir wieder ein bisschen zu vorheitlich gewesen, waren nämlich mit einem ganz wichtigen Aspekt von Chicas Design noch nicht fertig. Chica hat einen kleinen Freund, den guten Muffin. Oh, Entschuldigung, wo sind meine Manieren? Mr. Muffin. Allerdings ist der Mr. Muffin nicht unbedingt ein Muffin, er ist wohl eher ein Geburtstagskuchen, der halt zu den ganzen Geburtstagskindern getragen wird, die da in dem Diner von Chica bedient werden. Allerdings ist der Kuchen, den sie da hat, das ist kein richtiger Kuchen, der ist logischerweise aus Plastik bzw. Kunststoff. Aber jetzt kommt was Abgefuckte an diesem scheiß Muffin. Der Muffin ist nur bei ihr zu sehen, wenn sie in der Hauptstage ist. Das heißt, wenn sie sich bewegt, verliert sie den Muffin. Wo verliert sie ihn? In eurem scheiß Office. Warum ist dieser Muffin in eurem Office? Die war doch nicht da drin, sonst wärt ihr tot. Eines der großen Rätsel von FNAF 1, das mir doch keiner sagen konnte, weil der fucking Muffin, der kann doch kein eigener Animatronic sein. Das ist aber nicht das einzig Gruselige an der ganzen Sache. Der Muffin, der auf einmal in eurem Office auftaucht, ohne dass sie dort war, ist anscheinend das einzig Abgefuckte an Chica. Chica hat eine nette Eigenschaft, nämlich Geräusche zu machen. Und was für Geräusche? Ja, sie stöhnt. Und zwar nicht wie die ganzen Anime Girls, die ihr in euren komischen Catoons guckt. Nein, so. Das Abgefuckte an der ganzen Sache ist, wir wissen nicht woher dieses scheiß Geräusch kommt. Der gute Super Horror Bro, der auch im Endeffekt die Inspiration für diese ganzen Videos ist mit seiner Reihe, hat da drei Möglichkeiten aufgetan, die ich alle für relativ unterschiedlich unrealistisch halte, allerdings die wohl die beste Erklärung hierfür sind. Zum einen wäre es natürlich Phone Guy, aber wie passt der in Chica rein? Chica ist halt, ne? Kein Animatronic, den man tragen sollte, deswegen schwierig. Ist aber noch eine Möglichkeit, weil es klingt ähnlich wie der verreckende Phone Guy. Ja, wenn wir mal ehrlich sind, klingen aber viele verreckende Menschen gleich, deswegen eventuell ist da keine Verbindung. Zum anderen haben wir natürlich noch ein Kind, das aus ihr heraus nach Hilfe ruft, das ist die größte Möglichkeit. Allerdings, ich weiß nicht, in ihr ist ja schon ein Leiche. Das heißt, hat er noch ein zweiter reingepackt, von der, wie ihr es wisst? Hm, schwierig. Und die letzte Möglichkeit wäre einfach, dass ihre Voice Box kaputt ist. So ähnlich wie eine Security Breach. Ja, aber what the fuck ist das bitte für einen Fehler? Ich meine, das... Das musste ja jemand reingesprochen haben. Wer weiß, das sind auf jeden Fall die drei Möglichkeiten, die es hier zu der kaputten Voice Box gibt. Allerdings sind alle nicht wirklich gut, ich habe auch keine eigene gute Erklärung. Natürlich haben wir alle Chica im FNAF 1 kennengelernt, als den Animatronic, der uns versucht von hier rechts zu holen. Die Sache ist halt, Chica ist nicht immer dieselbe geblieben. Sie hat viele unterschiedliche Formen im Zeitraum der ganzen FNAF Serie bekommen, und die werden wir jetzt mal aufzählen. Angefangen mit dem nächsten Teil, FNAF 2. Hier hat Chica eine tolle Version bekommen und die Version ist meiner Meinung nach von dem Grunddesign her nicht so gruselig, wie die normale Chica. Allerdings hat sie die interessante Eigenschaften, sich die Augen und den Schnabel rauszureißen, weswegen... Womit sie... Sie sieht ohne den Shit einfach voll abgefuckt aus. Und extrem gruselig. Zudem muss man sagen, ist das nicht mal der gruseligste Aspekt an dir? Der gruseligste Aspekt ist, der Fetisch, den viele Leute auf diesem Charakter haben. Godfing David, das ist ein Roboter. Allerdings zurück zum Design. Sie hat ein weißes Schimmern in den Augen und eine neue Schürze an, die diesmal sagt, Let's Party! Das weiße Glühen in den Augen lässt sich nicht wirklich erklären, da ihre Augen ja im Endeffekt rausgenommen sind von ihr selber. Einigens ist es natürlich möglich, dass es irgendeine Remnants ist von irgendeinem toten Kind, das wahrscheinlich auch in sie reingestoppt wurde oder einfach in ihrer Nähe verreckt ist, von ihrem Besitz ergriffen hat. Das ist ziemlich widerlich, wenn ich ehrlich bin. Allerdings nichts desto trotz ziemlich gruselige Version von Chica. Da wir hier in FNAF 2 sind, gibt es auch zwei Chicas, komplett logisch. Die zweite Art von Chica ist im Endeffekt Withered Chica. Chica, die einfach komplett kaputt gemacht wurde und jetzt durch die Hallen rennt, als einer der gruseligsten Animatrollings, die ich je gesehen habe. Ich mein, holy shit, guckt ihr euch mal an. Nicht nur ist es die OG Chica, die ziemlich fein gruselig ist. Wow. Schon von Anfang an. Nein. Wir haben hier Chica, die irgendwie die Arme verloren hat, jetzt wie FNAF 2 aus sieht und wahrscheinlich auch ähnliche Funktionen hat und einfach generell euch anguckt, mit ihrem heruntergekommenen, absolut abgefuckten Design und T-Post. Eigentlich müssen wir uns mal von FNAF 2 wegbewegen hin zu FNAF 3. Auch hier haben wir natürlich den OG Animatronic Chica am Start in der wohl mitunter unruseligsten Form. Phantom Chica oder auch die Wassermeloda genannt. Beides trifft ziemlich gut zu. Es ist natürlich nicht nur gut, dass sie weniger gruselig ist, sondern auch, dass sie euch gar nicht erst töten kann, bzw. dies sehr indirekt tut. Denn solltet ihr von Phantom Chica in FNAF 3 gejumpscared werden, so schaltet sie einiges von eurer Ausrüstung aus. Dies ist allerdings wichtig, um Springtrap im Animatronic, der euch töten kann, aus eurem Büro rauszuhalten. Deswegen, trotzdem hat sie irgendwo eine Funktion, euch zu killen, auch wenn es nicht sehr direkt ist. Die Sache mit Chica ist halt einfach die, sie haben sie gruselig gemacht, dann haben sie sie noch gruseliger gemacht und dann haben sie sie komplett ungruselig gemacht und was kommt denn nach jetzt? Ja, sie machen sie extrem abgefuckt und gruselig, denn wir haben in FNAF 4 die abgefuckteste Version von Chica ever. Nightmare fighting Chica. Wisst ihr doch die Zähne, die doch nie Sinn gemacht haben, weil sie ein Vogel ist und ein Schnabel hat? Ja, die sind jetzt spitz. Und auch ihre Hände, die waren vorher zwar groß, irgendwo... ...natürlich... gruselig? Ich meine, die kann ja schnell bequetschen. Aber jetzt sind aus den Händen Clown geworden, da ihre richtige Haut bzw. ihre... Ja, ihre Haut, das kann man nicht anders als ihre Haut nennen, ihre Haut komplett weg und verrottet ist. Das heißt, sie hat alle Instrumente dabei, euch umzubringen. Und wo wir gerade bei Instrumente sind, die euch umbringen, sie hat auch einen Muffin dabei. Mr. Muffin ist natürlich immer am Start, wenn Chica da ist und diesmal ist er komplett abgefuckt, denn er hat auch einen Mund voller scharfer Zähne. Ist ein Muffin, der euch snackt? Bitte nicht! Allerdings hat die gute Chica natürlich auch eine neue Form, die Jacko-Fucking-Chica. Die Jacko-Chica ist im Endeffekt Nightmare-Chica, die brennt. Und das ist kein Grillhähnchen, das ist euer schlimmster Albtraum. Denn, nicht nur fehlt der Muffin, Mr. Muffin war schon ziemlich creepy, nein, ist der jetzt Mr. Pumpkin, das ist ein Kürbis. Kürbisse und Kürbisse sind auf jeden Fall gefährlicher als Muffin. Also, wenn mir jemand schon real life Muffin auf den Schädel klatschen würde, okay, nehme ich hin. Aber ein Kürbis, das kann ja in den Schädel brechen. Und wegen diesem Power-Scaling sage ich auch, dass der Pumpkin eindeutig gefährlicher ist als der Muffin. Ein Charakter, von dem ich ganz lange dachte, dass der einfach nicht canon ist, die gute Funtime Chica aus Fluff 6. Eine gute Sache wäre natürlich, dass sie wieder ein bisschen wie Chica aus 2 aussieht. Das heißt, ein bisschen mehr feminin anstatt gruselig. Außerdem muss man ganz ehrlich sagen, sie hat einfach eine ziemlich cute Stimme. Es ist nicht so eine Methodik, die auf Gruseligkeit so wirklich ausgelegt ist. Aber Leute, die Designer haben sich natürlich gedacht, komm wir machen Chica mal ein bisschen cute, weil die Fans scheinen das ja zu lieben. Fake Generals. Aber jetzt mal, das ist ein Horrorspiel, deswegen müssen wir doch einen gruseligen Aspekt haben. Wie wäre es, wenn dieser süße Charakter einfach den fucking Mörder-Muffin durch die Gegend trägt? Guckt euch dieses Ding an. Wenn das keine Kriegsverbrechen begangen hat, weiß ich auch nicht. Er hat ziemlich abgefuckt. Das ist der gruseligste Muffin fast. Okay, Nightbridge hat noch einen gruseligeren Muffin. Aber im Kontrast ist der Muffin ziemlich gruselig und sieht auch ziemlich aggressiv aus. Ich würde ihm nicht meinen Finger hinstrecken. Den Finger bekomme ich nicht wieder. Darauf wette ich. Ein anderer Charakter, den wir nach 6 antreffen können, ist natürlich die gute Rockstar Chica. Nein, nicht du. Verschwinde ans Ende des Videos. Du bist Glam Rock Chica. Wir reden über Rockstar Chica. Rockstar Chica hat auch wieder ein eher menschliches Design mit realistischeren Kurven. und im Endeffekt hat sie blaue Wangen, beziehungsweise blau-lila ich, eine ganz neue Schnabelform, die wir bis jetzt noch nicht so hatten. Eher so wie halt wirklich ein Schnabel funktionieren würde. Andererseits sehe ich schon wieder Zähne hier drin, naja. Außerdem hat sie zwei nette Maracas, zwei Rasseln am Start, mit denen sie abrockt. Passend zu den coolen Rasseln hat sie natürlich eine ganz neue Schürze, wie immer. Auf dieser Schürze steht diesmal Let's Rock, was natürlich passend zum Charakter ist. Allerdings sind wir jetzt endlich bei der guten Glam Rock Chica angekommen. Glam Rock Chica ist wohl das menschlichste Design, das Chica jemals hatte. Gepaart mit einer coolen Gitarre und dem nicen Look der 80er Jahre oder der 70er. Ich weiß nicht, was Glam Rock Glam Rock war. Auf jeden Fall ungefähr der Zeitperiode. Coole Ohrringe, Haar-Accessoire oder Feder-Accessoire und natürlich Schminke. So wie halt ihre extrem nicen Klamotten. Halt Glam Rock und Chica. Ihr größtes Merkmal ihrer Verfressenheit war, wie schon erwähnt, auch wieder sehr präsent in Security Breach. Wo wir sie recht oft Pizza-Schnecken sehen, in Müll fressen sehen. Ihr Raum ist voll mit Pizza-Kartons und sie beginnt Mord, um eine Pizza zu bekommen. Und zwar nicht an Gregory, sondern an ihrer eigenen Rasse. Dem guten Koch-Bot. Ich glaube, der heißt nicht Sauber, ich nenne ihn so. Auf jeden Fall alles in allem. Menschliche, Rockstar, Chica, Glam Rock. Das sind wohl die Stichworte für diesen Charakter. Und ist auch ein sehr beliebter Charakter, denn viele Leute fanden ihn wohl mitunter am gruseligsten und am coolsten in Security Breach. Was sich auf jeden Fall nachvollziehen kann. So, jetzt haben wir ja genug Chicas Formen besprochen. Und es wird uns langsam Zeit, diesen Rückblick auf Chica zu beenden. Wie immer vielen Dank für euren Support. Danke, dass ihr das Video bis zum Ende geguckt habt. Das machen nicht viele Menschen leider. Und alles in allem würde ich sagen, join uns auf Discord. Hoffe euch geht's gut. Blessed Gaming. Bis zum nächsten Mal. Wenn es weiter geht mit dem guten Foxy. Ich hoffe, ich vergesse das nicht und mache aus Versehen Body das Solo-Prozent-Status. Das ist passiert aus Versehen. Ich bin einfach ein Open Pack.